Dein Wort in Gottes Gehörgang. So, ein bisschen trockengelegt habe ich wieder. So, wie viel habe ich denn? Ein paar Stacks habe ich. So, ich komme zu euch, geschwommen. Alles klar. Ich baue hier schon einen Stein ab. So. 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 An der Außenseite geht das beim Tempel bis 30 runter nachher. Mhm. Mhm. Also braucht man pro Sandsäule 30 Blöcke. Okay. Ich glaube kein Dings mehr. Kein Sand mehr. Kein Sand mehr. Mhm. Ihr könnt ja sehen, wo ich ja schon angefangen habe. Ja, da mache ich auch gerade weiter. Na. Ja. Und, ähm, also für zwei Blockreihen ein Stack Sand, ne? Wow. Und die Ausmaße vom Tempel sind 58 mal 58 Blöcke. Wow. Also, wenn du ganz außenrum Sand machen willst, brauchst du ganz schön viel. Begefallen ist. So. So. Und noch ein bisschen Sand. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen Sand, was wir mitnehmen können. So. 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 Sand hin klatschen. Erstens Sand weg klatschen, dann Sand hin klatschen. Das alte Leid in Minecraft. Hm. 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 Aber krass, dass der normale Stein, den wir verwenden, für die Mauer von unserem Dom, dass der bei meinem Bruder grün war. Ja, ne? Ja, also was ein Technopäcker hat. Das weiß ich nicht, welches er hat. So, das hier können wir auch aufreißen. Ach ja. Und, findest du lauter Schätze innen drin? Nö, ich baue hier, ähm, ähm... Baust du ganz normales Gesteins ab? Genau. Ich baue hier nach und nach, weißt du? Alles ab. Mhm. Ähm... Bauen wir alles. Richtig. Richtig. Am Grund stehen diese Dinger auf Säulen. Fünf mal fünf Blöcke Säule, glaube ich. Aha. Und die Säulen sind neun Blöcke hoch. Also das ist dann sehr schwer abzubauen, da unten drin, ne? Das ist gruselig. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Das ist jetzt schon irgendwie... Ich weiß nicht, das ist so... So ein Bild, so ein... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll, dieses Gefühl, wenn man hier in diesem Monument drin ist. Ich hab auch nicht mal diese fiesen Fische jetzt dabei. Da kann man schon mal Foto sein. Ja. Die sind ganz schön garstig. Da kann man nicht abbauen. Die erzeugen ne Abbausperre. Ja, da muss man erst den Boss töten. Oder drei Boss töten, glaube ich. Da kann man es abbauen. Sowas finde ich einfach nur... Beklemmendes. Lästig. Ja, beklemmend ist es da unten. Ja. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Wasser da unten noch drin ist. Wenn er nachher trocken gelegt ist, geht es ja. Aber solange er noch voll Wasser ist, ist das echt schlimm. Es regnet. Nee. So. Es regnet. So. Es regnet. So. Es regnet. So. Oh. Da haben wir... Okay. Da ist Wasser dahinter. Hast du noch trockene Schwämme? Ja. Dann könntest du ja vielleicht schon mal ein bisschen was trockenlegen hier oben. Oder bist du gerade so im Abbau? Nee, ich komme gerade hoch. Wenn du jetzt nach links rum gehst. Hm. Hmm. So. Out of send. Welchen hast du denn noch? Ich hab noch 31. Oh, das ist gut. Bye! Boah, das fern wir schon mal hier ab, hier die Pfanne runter, ja? Ja, alles klar. So wieder einsammeln, ja. Oh, jetzt sind die Rotter gefallen, toll. Aufheben. Hoch, hoch, hoch. Ach, ich hab keine Angst. Ach so, ja, ich hab eine. Warte mal, wir müssen jetzt sowieso hier irgendwie wieder eine Verbindung zum Festland schaffen. Zum... Boah, ich komm... Hast du denn die jetzt Öfen mit Schwämmen irgendwo aufgestellt? Ich hab Öfen... Ne, ich hab keine Öfen aufgestellt, ich hab kein, ähm... Ähm... Blockbench. Ach so. Okay. Dann... So, wir müssen ja nicht hier durchkommen. Ja. So. Tocha. So. ... ... So, das nehmen wir hier alles wieder mit. Wer auf der Ecke müsste eigentlich auch noch? Ah. So, jetzt haben wir noch da einen Schwamm. Sehr schön. So, wir haben keine Ölchen, ne? Wie war das auch gewesen? Doch, ich habe welche hingestellt. Oh, wo sind die denn? Ah, doch, ich sehe. So, ich muss mal eben das reinschmeißern. Hinsichtlich nicht. Ja, cool. Boah, ich habe auch wieder ein bisschen was. Drei Stacks von diesem Prismarin-Ziegel habe ich schon wieder. Gut. Kann ich hier abbauen? Ja. Nein, kann ich nicht. So, vier Schwämme habe ich noch. Geh mal Schwämme abernten. Vorsicht. Um dich rum. Hier ist noch nicht zu, ne? Hier fehlen noch drei Reihen oder so. Okay. Leider keine, kein Sand mehr. Ich habe noch welchen. Dann machen wir... Auch weg oder nicht, diese. Hier mal dicht. Hier mal dicht. Und dann machen wir hier dicht. Sehr schön. Ah, schön. Dann können wir das wieder alles... Genau. ...oppenlegen. Zack. 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 Das heißt, die Wand hier, die können wir dann abreißen. Unten ist noch Wasser. Vorsicht, ich kann der vorbei. Da ist noch Schwämme. Mehr habe ich leider nicht. Hier ist auch noch Wasser. Gerade. Also Schwämme habe ich jetzt keine mehr. Da sind wieder welche trockenen hier. Hier ist schon mal 21 wieder raus. So, dann kann ich diese Wand ja hier... Wasser hinten rein. Ach, ist immer noch Wasser. Ja, da ist schlecht, da kann dann auch wieder Wasser drunter sein. Oder ist das nur ein Block? Ach, das ist nur ein Block, dann geht's. So, ja, das ist noch Wasser drin hier. Boah, wenn ich so sehe, was hier an Sand ist, ne? Wie viel Glas das ist. Ja. Boah, da ist noch Wasser. So, jetzt habe ich es glaube ich trocken gelegt. Moment ist trocken. Boah, wie oft denn noch hier. Scheiß Regen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hm. Minecraft Musik. 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 Vielen Dank.